Position. Ja, definitiv. Deine Konkurrenz ist ziemlich stark, besonders Merlina, das weißt du. Die Wellen sind heute echt hoch. Das bedeutet, wenn du versuchst, bei jeder mitzugehen, machst du dich durch das Paddeln kaputt. Ja. Du schnappst dir also nicht jede Welle, die sich dir bietet. Die besten Surfer haben alle einen sechsten Sinn. Sie wissen, wann die beste Welle kommt. Sie spüren das. Das ist eine Gabe. Du hast diese Gabe auch. Ist das so? Du weißt doch, was deine Mutter immer sagt. Du bist eine Meerjungfrau. Der Augenblick zwischen zwei Wellen ist entscheidend. Es ist dann so ruhig. Die nächste Welle hat sich noch nicht gebildet. Ist nur Energie, die durchs Wasser strömt. Du musst Geduld haben, wenn es so weit ist. Höre auf deinen Instinkt und vertraue drauf. Du wirst es dann wissen. Schnapp sie dir.